Willkommen an Bord! Sicherheitsgurte anlegen! Raum einstellen! Nun macht es euch bequem und überlasst alles an. Und wie? Armut! Wir starten! Das ist alles auch noch ein Schuss mit der Windschagerei! Wir sind auch die Kälte nach der Pappel, der Pappel, der Pappel, der Pappel in die Gäste! Oh, gut! Schau, schau, schau! Sie sind da! Ja! Attenzio! 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 Oh mein Gott! Alle, Leute, die Zeit, die Zeit! Das alles noch mal, die Begon, 3,30 Meter. Die Zeit, die Schwitze, die Zeit! Wuuuuhh! It's the one! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So ist der Tor von der Maschine, Schade, lit um 6. Sie sind in den Haufen, Abendbett, hier, schnisch, schnisch. Oh, zack, zack. Ja, das dreht sich. Sie sind voll toll, die Kinderhalle hier. Voll toll. So ist der Anliegen, das ist ganz schön, die Gesäge. Schau, schau, schau. Ich bin nicht so nah, so. Ich bin nicht so nah, so. Ich bin nicht so nah, so nah. Das ist ein Schauspiel. Vielen Dank.